So, und direkt weiter. Vielleicht hätte ich noch einen Schluck trinken können, theoretisch, warte mal. Hab ich jetzt verpennt, Entschuldigung. So, The Queen of Swords Rerun. Mal gucken, spannend, ob ich wieder was verpasst hab. Chocolate Cake hab ich da schon. Ja, Rerun. Sind das wirklich nur Sachen, die ich schon kann? Das wär echt doof. Tomorrow is the Fest of the Winter Star. Did you get a gift for your secret friend? Evelyn? The Fest starts at 9am. Ja, ich hab mein Chocolate Cake dabei. Evelyn kriegt die Chocolate Cake. Die wird demnächst auch sehr... Die wird mich sehr müden. So, pass auf. Wir haben echt nicht viel Zeit jetzt gleich. Pass auf. Ähm, wir müssen jetzt einige Sachen machen. Warte mal. Und klar wieder was reinpacken, bitte. Und zwar ein Pumpkin. Ein Snow Jam. Ein Eggplant. Und ein Corn. Natürlich alles an der falschen Stelle. Ach ne, was war das eben? Der Corn. Also, das muss alles hier her. So, geh mal raus. Ach so. Geh mal raus. Ne, ne, ne. Okay, das geht nicht. Okay. Ähm, die wieder weg. Und dann noch was anderes dafür. Mal schnell. Bok Choy. Geht der? Also, ich werde alles massig anbauen, dass ich zumindest dann immer 10 von jedem hab oder so. Hab ich einfach nur gepennt. So, ich muss in den Laden. Der braucht aber auch noch ein bisschen. Die Mani macht auch den ersten 9 auf. Das heißt erstmal um Tiere kümmern. Insofern ist das vom Timing eigentlich genau gut gemacht, ja. Du hast, du stehst ja morgens um 6, glaub ich, auf. Dann hast du erstmal genug Zeit in der Farm, äh, dich um deine Farm zu kümmern. Ne, sag ne, da ist schon nichts mehr drin. Das wäre jetzt sehr doof. Ne, ist noch was da. Ähm, das geht noch. Ein bisschen liebhaben. Ja, also wie gesagt, vom Timing her ist das natürlich geil gemacht. Bis die Läden aufmachen, hast du erstmal einen Haufen Sachen hier zu tun. Lass mal gucken, ob da noch irgendwas drin ist in den Teppern. Nein. Guck mal kurz nach den Champignons, nach den Pilzen. Jo, passt. Wunderbar. Das war alles dasselbe, aber... Okay. Nicht esse, du Tapschelus als Ei. So, pass auf. Ähm, dann kommen die Pilze dir... Ach so, Quatsch. Ich hab doch deine Exaktion. So. Dann die Sachen in den Verkauf. Die Eier bitte noch in die Truhe. Jawoll. Ich denke mal die Eier werden später auch noch interessant für irgendwelche Kuchenrezepte oder so. Jo, und dann langsau ich jetzt schon genau von der Zeit, um schon mal jemanden aufzusuchen. Die kann ich verkaufen. Ich brauch... Mist. Ich brauch Weed, gell? Weed und Sugar. Genau. Oh, warte mal. Da oben ist ein Krokus. Ich seh ihn. Ich nehm alles mit was ich kriegen kann. Und da oben sind noch Würmer. Und oh mein Gott. Ob ich heute überhaupt noch in die Mine komme. Ob das mal wieder klappt mit der Quest. Eieiei. Wenn's so schon anfängt. Keine gute Voraussetzung. Jetzt schon wieder das halbe Inventar voll. Gut, ich hab die Abkürzung. Das ist schon mal ein Vorteil. Na, schauen wir mal. Also dreimal Weed Flower mindestens. Ich glaub ich kauf sogar mehr. Ich hab jetzt 13.000. Gut. Flocken. Ja, ich steck mich mal ein bisschen ein mit Zucker und Weed Flower. Das nicht immer jetzt mal. Äh. Ja. Wenn ihr mein Gesicht jetzt sehen würdet. Das Fünkchen. Verzweiflung. Jetzt kann ich mir nicht mal was zu essen machen für die Mine. Jetzt hab ich grad mal einen Salat dabei. Oh my god. Jetzt lass mich wenigstens das Heu kaufen können bei Marnie. Bitte wenigstens das. Na, Gott sei Dank. Ähm. Supply Shop. Ich brauch Heu. Nicht zu knapp. Da hab ich nämlich echt gepennt, ey. Ähm. Brauchst du sonst noch was? Nö. Langt das mit dem Heu? Das waren immerhin 1000 Flocken, wo ich immer ausgegeben hab. 20 müsste lang. Ich weiß halt nicht wie weit es noch geht. 24 noch 4 Tage. Also noch 8 mal Heu. Plus noch ein bisschen was dann im Ding. Das passt. Warte mal. Warte mal. Was will die? Hab ich schon was von dir dabei gehabt? Äh. Die steht auf... Warte mal. Auf... Coconut Common und so weiter. Hab ich schon irgendwas dabei? Ach Gott. Du stehst auf Wild Plum, hä? Steht jetzt nichts dabei. Snow Champ. Ich krieg's die Snow Champ. Ich probier's jetzt einfach ruhig. Das looks nice. Nala. Ich glaub, da ist jetzt hoffentlich einigermaßen angetan. Ich will jetzt endlich meine zwei Herzen bei Marnie. Ich will jetzt endlich an die Hose ran. Ich will jetzt endlich an die Hose ran. Hahaha. Ne. Das klingt blöd, aber es ist gar nicht so gemeint. Hahaha. Man wird bekloppt. Ehhh. News Bypass. Und Schnecken. So. Ja. Ab in die Mine dann als nächstes, ey. Okay. So. Das wieder zurück auf die Angle. Das hier rein. Gleich zum Verwerten. Dann mal kurz bei den Chickens reingeschaut. Oh. Hier ist auch noch eins. Sehr gut. Da unten ist auch noch was. Wunderbar. 24. Wann hat der Geburtstag? 26. Okay. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Jetzt packen wir erstmal das dahin, was hingehört. Zack. Hab ich doch schon lieb gehabt? Ja. Hab ich doch schon lieb gehabt. Eier. Nix. Okay. Aber Samen kann hier rein schonmal. Da ist sonst nix dabei. Die Newspaper kommt gleich in die... Na gut. Es war vielleicht doch nicht verkehrt, drei zu bauen. Kann man mal lassen. Ähm. Ja. Der Laden hat zu. Das heißt, ich brauche jetzt auch nicht die Plums. Die packe ich aber lieber. Halt. Die Schnecke habe ich für links eingeordnet. Wegen nem Platz. Die Snow Jam kommt noch schnell hier rein. Oh je. Wo war die denn jetzt wieder? Hier. Und die Plums. Die kommen gleich in die Küche. Jetzt schon wieder 12 Uhr. Mann oh Mann. Hab ich wieder verschwindet die Zeit. So. Die werden wir als nächstes verarbeiten. Jetzt ab in die Mine. Ab in die Mine. Und zwar mit Abkürzung. Mit richtig cooler Abkürzung. Ach Gott. Hab ich schon auf die Zeit verschwindet. Schon fast Mittag. So. Auf gehts. Meins. Das ist echt super. Level 95. Ja. Komm. Wir wollen direkt. Oh. Oh. Warte mal. Nimm doch auch deine Waffe klein in die Hand. Das müsstest du doch mittlerweile wissen. Crispy. Oh. Komische Feuer. Jawoll. Schleime. Kommt her. Zählst du zum roten Schleim? Warte mal kurz. Zwei von sechs. Jawoll. Sehr gut. Passt. So. Konzentration. Ich hab grad wieder voll Schiss. Ah. Die Mine kennen wir aber. Oder? Also die Form von der Mine jetzt ist uns schon ein bisschen bekannt. Hatten wir schon mal. in der Art. Ja. Den mach ich schnell platt. So. Das war nicht so heftig. Gut. Sehr gut. Ähm. Jetzt sag mir nicht. Ich muss ewig lang einen Stairway Down suchen. Oh. Oh. Ich hab ja schon. Zwei von den Viechern. Ich hau erst die roten mal ab hier. Ich glaub da ist eher mal eine rote Geode drin. Ach. Oder nicht weiter. So. Dann gleich mal bewaffnen. Ja. Natürlich. Das war jetzt nicht so clever. Sehr gut. Wunderbar. Wunderbar. Na komm her. Nummer 3. Da waren es nur noch 3. Ey. Das funktioniert. Oh. Ist ja das ein komischer Fuzzi. A day. Achso ja. A way down. Hier ist sonst nichts mehr. Das ist ja billig. Ey. Ich bin ja bald Level. Was ist das? A day. Hab ich noch nicht gesehen. Verflucht oder sowas. Nummer 4. Komm her. Sehr geil. Hat sogar Kohle dabei. Ausgeschnecke. Seht's aus mit dem Herf. Geht noch. Es darf bloß nicht massig was kommen. Könnte ich ein Problem kriegen. Noch 2 Schleime Leute. Oh. 2 Geonen. Sehr geil. Sehr gut. Wir haben ja gesehen was sie bringen. Nicht so viel wie wir uns erhofft hatten. Ohne einmal mir nahe zu kommen. Das war gut. So. Ich bin sehr sehr angetan gerade. Leute. Wenn ich jetzt mal nicht so viel sage. Es hat mir nicht böse. Es ist gerade ein bisschen spannend. Muss ich ehrlich sagen. Ich empfinde es so. Tut mir leid. Ja. Ich bin vielleicht ein Schisser. Aber es ist so. Ha. Steh dazu. Kein Problem damit zuzugeben, dass ich ein Schiss habe. bin. Okay. Jetzt wird es Zeit. Jetzt wird es echt Zeit. Gib mir den Salat. Ja. Halleluja. Ich schaff sogar Level 100. Schwör. Ich komm noch auf. Oh. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Nein. Habe ich eben noch gesagt ich schaffs. Ich revidiere. Sobald ich die große nächste Bombe finde. Ach guck mal da ist einer. drunter ey. Wah. Das hat aber auch echt akkur geworden ey. Ihr Mistviecher ey. Unten ist noch was. Ich hasse es. Ich mach das nicht. Aber wenn man das richtige Timing raus hat, dann gehts. Man muss echt in Übung bleiben hier in der Mine. Dann ist das alles kein Problem. Oh. Wenn ihr wüsstet wie mir grad die Ding geht hier ey. Alter. Ich brauch Schleim Leute. Ich darf jetzt nicht mehr so viel Schaden kriegen. Oh. 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 많이 Bockmal mit elise. Oliess. Jjjjjjjj Ich schwöre du kannst die Dinger wegbomben, ey. Schwert, zuerst ein Schwert. Wie sieht es aus? Essen geht noch. Ich habe noch einen Chocolatcake in Notfall, den ich essen kann. Den ich essen kann. Ich darf aber nur einen essen. Einen muss echt übrig bleiben für Evelyn. Habe ich aber versprochen. Na ja, wohl natürlich aber. So, und? Da ist schon mal ein Minecard-Ding. Das ist schon mal sehr gut. Du musst gucken, in welche Richtung es geht. Nach unten. Unten ist immer doof, weil da die Inventarliste im Weg ist. Oh, Nummer 5. Und da unten ist Nummer 6. Sehr gut. Was machst du eigentlich immer für komische Sachen? Sag mal. Boah, einen Haufen Schaden macht er. Aber er lässt einen ganzen Goldbarren fallen. Das ist nicht schlecht. Oh oh. Kledermaus. Oh oh oh. Chocolatecake, komm. Nichts riskieren. Ja, essen einen. Einen. Einen aber nur, gell? Jawohl, sehr gut. So, jetzt pass auf. Erst mal das Ding hier abholzen. Und dann noch den letzten Schleim kommen. Das müsste er sein. Ach, hör auf. Ich könnte dich echt killen, ey. Dadurch, dass er es langsam macht. Und? Talk to Luis. Heute noch. Willst du mich verarschen? Ach. Ach. Das ist halt doof. Muss mit Luis talken, damit ich meinen Reward kriege. Ich will jetzt noch an die Mine. An die Mine-Card. Die durch die Kunde holen. 98. Ich hoffe ich das noch. 7 Uhr. Kann ja die Abkürzung nehmen durch mein Card. Ach. Das ist doch doof. Ach ja. Mann. Es gibt Dinge, die brauchst du einfach nicht. Komm. Ne, ab runter. Jetzt Level 100, komm. Oh, 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 oh. Ah, das, das. Jetzt kann ich Glück haben. Und irgendwo ist hier eine Leiter drunter. Kann aber Pech haben. Und ich muss echt in die Mitte rennen. Aber ich gehe mal davon aus, in der Mitte sind wieder ein Haufen Kisten oder so. Ach, wenn ich das alles hier abholzen müsste. Warte mal, ich nehme echt den kürzesten Weg hin. Sofern möglich. Aha. Da ist irgendwas in der Mitte noch. Es ist 8 Uhr. Es ist noch genug Zeit, Leute. Es ist noch genug Zeit. Ja, Agro oder was, ha? Alter. Ey, scheiße. Soll ich hier her nochmal kommen? Ja, 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 ja. Ah, Level 100. Und. Tadaa. Was denn das? Inaki. Woohoo. Geil. You found a star drop. Your mind is filled with thoughts of... PC. Was? PC? Your maximum energy level has increased. Ja, geiler Scheiß. Und hier kann man angehen. In der Lava. Hör auf. Ja, cool. Ich geh da nicht mehr runter. Nö, 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 nö. Maximum energy hat increased. Das ist ja geil. So, Level 0 bitte. Ich bin ziemlich down. Und ich muss noch zum Luis. Abkürzung zu Luis. Und zwar... Ähm... Town. Genau. So. Ich will jetzt die Quest einmal auch abgeben. Ey, wenn's schon mal. Diese 360 Gold ist auch ganz vieles. Ich will sie einfach mal haben. So, Luis war hier irgendwo. Warte. Ne, ach Gott. Schon dran vorbei gerannt. Da oben ist er glaube ich. Ja, das müsste er sein. Das Haus von Luis. Nein! Nein! Komm! 10 Uhr! Ach, hör auf. Da steht bis 10 Uhr. Und nicht... Aha. Ist er vielleicht noch im... 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 Im Puff. Hier im Ding. Luis. Luis. Willy. Clint. Willy. Gas. Mist. Nur Luis. Ist das wieder nur zu Hause oder was? Aber warte mal. Vielleicht geht die Quest. Warte mal. Ist jetzt immer noch Timing? Ein Day? Ne. Tja, vergiss es. Ach Leute. Ich muss auf mich kommen. Was hast du denn schönes? Neue Rezepte hat er schon mal nicht. Cookie. Nö. Kaffee. Das war ein Speed. Das ist ja cool. Spizza. Oh, ne. Was? Irgendwas. Artisan Gürzbier. Okay. Ey, die will ja ein Ale. Irgendein komisches Ale will die haben. Ein Pale Ale. To the bottom, etwas schwarz. Ja, hör mal auf. Ach ja. Ey, warte mal. Du bist Willy, ne? Ja. Willy verwechsel ich manchmal mit dem anderen. Mano Mann. Ey Louis. Doofen Nudel. Oh, vielleicht ist er doch noch irgendwo unterwegs. Vielleicht hab ich ja Glück. Glück im Unglück. Ist er halt manchmal hier nachts? Ja, zumindest sind die Würmer hier. Louis. Ey, ist Mittwoch. Es ist Mittwochabend. Ne. Er ist nicht da. Das war Mittwochs. Ich schwör, das war Mittwochs, wo der Altmarine abends hier war. Mann, noch mal, noch mal. Doof. Schade. Hätte er gern mal gewusst, was das für ein Omelett ist. Omelett. Amulett. Was ist denn das eigentlich? Willi. Nicht Louis. Willi. Oder? Doch. Ne, das ist Willi. Willi geht nach Hause. Es wird spät. Ja. Kann ich die Quest wieder nicht abgeben. Das ist also wirklich doof gemacht, dass du da noch jemanden aufsuchen musst. Dass das Ding nicht einfach dann fertig ist. Ohja. Weißt du was? Ich bin zwar kurz vor daheim sein, aber obwohl, ne. Unnötig. Es rentiert sich nicht. Sehr schade. Ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Das ist ja echt doof. Kann ich noch was verkaufen? Ist irgendwas dabei? Ne. Feuerquatsch. Jetzt will ich nicht wissen, was der wert ist. Ich habe ja nur einen. Wann habe ich denn die Bombe gekriegt? Die hätte ich schon mal ausprobieren können an dem einen Teil. Doof. Ne. Ich geh ins Bett. Mir wird es zu spät. So. Morgen ist dieses Fest. Let's go to sleep. Bis 10 Uhr haben wir ja Zeit. Noch 600 Gold. Guck mal der Weihnachtsmann. Den kann man nicht klicken. Wäre auch ein schönes kleines Nebenbei-Effekt-Ding. Wenn du irgendwo klickst, kriegst du was dafür. Mal eben 100 Gold oder so. Warum eigentlich nicht? Pickled Eggplant. Hot Pepper Jelly. Sehr geil. Okay. Diesmal hat es nicht ganz geklappt mit der Aufnahme. So. Es ist Thursday. Wir gucken mal kurz hier rein. Living of the Land. Was gibt's Neues hier? Zeig mal. Ever had the urge to dig around in your neighbors trash? Hey, if that's your thing, just don't do it when anyone's around. If they notice you, they will be seriously crossed out. And it will harm your friendship. Well, unless they are into the same thing. Ja. Also man lernt die ganzen Tricks auch hier. Das ist also ganz gut. So. Da gibt's erstmal nichts zu tun. Ich glaube die Bomben lasse ich sogar echt mal im Inventar. Das wäre nicht mal verkehrt. Gerade jetzt wo ich so viel Platz hab auch. So. Solar Essence nach oben. Die Geode erstmal nach oben. Äh. Ich muss echt mal durchgucken. Das Platz aus hier. Das Quarz hierher. Was ist noch alles hier oben? Iron Ore nicht. Aber Feuer Quarz. Der eine den ich bis jetzt habe. Sonst nichts. Die Bomben sind auch unten drin. So. Dann haben wir hier Gold. Kohle ist sehr gut. Eisen. Oh, da ist noch ein Quarz. Gold machen hab ich gefunden. Also da kann ich definitiv viele Sprinkler machen dann für nächste Saison. Richtig cool. Da freu ich mich. Oh, da ist noch eine Geode. Da ist noch ein Quarz. So. Oh. Da ist noch eine Essenz. Was man alles nicht gleich auf Anhieb sieht. So. Und dann kommt das Sepp rein. Kommt das und das rein. Das passt. Die Bombe kommt hier rein. Die lass ich mal im Inventar. Wirklich. Das will ich nämlich mal ausprobieren. Ob das funktioniert. Wenn ich jetzt die Mine gehe. Okay. Ähm. Ansonsten. Clam. Haben wir hier in der Mitte. Ne. Quatsch. Immer links. Haben wir hier. Genau. Dann haben wir das Gras. Haben wir hier drin. Da haben wir auch. Ne. Das haben wir hier. Zack. Dann haben wir den einzelnen Samen. Der kommt hier rein. Dann packe ich kurz die Bomben hier unten rein. Genauso wie die. Das ist also das Zeug was ich immer regelmäßig dabei habe. Das sind meine Werkzeuge. Ist alles schön sortiert. Wunderbar. Dann gehen wir mal kurz zu den Chickens rein. Sag mal kurz Hallo. Hab euch lieb. Hier kriegt was zu futtern. So. Dann muss ich echt so ein Grass Starter mit kaufen. Ich hab echt Probleme mit dem Gras. Na ich hoffe im Frühling wird da ordentlich was wachsen in der Richtung. So. Hier wird langsam alles. Ja das. Ich glaube das verschwindet nach und nach. Das Zeug. Auch wenn es gedüngt worden ist. Oh hier. Bäumchen wächst. Sehr schön. Äh. Oh jetzt hab ich die Eier vergessen wegzulegen. Das mach ich auch noch schnell. Den Chocolate Cake hab ich für Evelyn. Da bin ich mal gespannt. Ähm. Ich brauch nur das Geschenk für die Evelyn. Sonst brauch ich an dem Fest nix. Also Geld hab ich im Notfall genug jetzt mal. Ich guck mal ob der Laden vielleicht trotzdem heute noch offen hat. Ich geh heute davon aus das nicht. Wahrscheinlich kann ich nicht mal in die Stadt. Das war glaub ich in der Stadt ne. Das Fest. Um 10 Uhr. Ja. Tatsächlich wieder. Come back later. Ja ok. Pass auf. Dann mach ich jetzt an dieser Stelle einen kleinen Schnitt. Dann werd ich noch ein bisschen in meiner Farm rumwerkeln. Bis es 10 Uhr ist. Und dann starte ich die nächste Aufnahme. Ich würd sagen das ist ein ganz guter Kompromiss den wir hier schließen können. Dann kann ich auch noch mal kurz meine Crap Pots leer machen. Mal gucken ob ich noch irgendwas baue oder so. Vielleicht baue ich noch zwei Crap Pots. Mal schauen. Ähm. Ja. Ne aktuell. Ich könnte schon mal die Quality Spring Club bauen zum Beispiel. Crap Pots. Oh ja ich brauch viel Eisen. Ich brauch viel Eisen. Also das würde dann vermindert werden wenn ich das andere gewählt hätte vorhin beim Angeln. Aber das ist ja Quatsch. Oh ich könnte die Angel Rod dann auch endlich kaufen. Ich hab doch 7500 locker. Ich will aber die Animal Farm auf jeden Fall haben. Das wär doch auch ne Idee. Die Animal Farm in Auftrag geben. Guck mal was für ein Haufen Nüsse rumliegen. Das wär auch ne Idee. Ich muss mir nicht gleich Animals kaufen. Aber ich könnte zumindest mal den Auftrag erteilen dass das Ding fertig ist im Frühling. Das wär geil. Ich will nämlich endlich die Milch. So. Pass auf. Das wieder in die Angel rein. Und dann den Kremble dahin. So. Lalle. Auch hier haben wir doch. Guck mal. Wann haben die da so viel gesammelt ey. Die kannst doch verkaufen. Du brauchst doch Geld Junge. Muss ja dann auch wieder die Samen kaufen. Ja. Keine Ahnung. Ähm. Ansonsten. Ist jetzt nichts dabei hier. Ne. Wir können erstmal gucken was wir noch alles verkaufen können. Ja. Wollte eigentlich die Aufnahme beenden. Aber jetzt seh ich doch. Hey. Das könnte interessant sein. Ähm. Was ich jetzt noch mach. Ähm. Du du dumm. Noch ein paar Krokusse. Das könnte interessant sein. Noch ein paar Krokusse. Können wir kaufen. Das passt. Jawohl. Dann haben wir hier noch was drin. Irgendwas was doppelt dreifach zu viel ist. Ne. Kann ja eigentlich gar nicht passieren momentan. Hab ja von allem noch viel zu wenig. Meiner Meinung nach. Persönliche Einschätzung. Wild Honey kommt erst im Frühling wieder. The Fest of the Winter Star has begun. Ja alles klar. Noch schnell ins Zeug hier reinpacken. Ähm. Warte. Oh. Ist das jetzt auch. Guck mal. Ist das jetzt. Rödlicher geworden. Das Fest des Winter Stars. Chocolate Cake bin ich bewaffnet. Jawohl. Dann lass uns hingehen. Yeah. Wenn ihr wissen wollt. Was auf dem Fest passiert. Dann bleibt am Ball. Bis gleich.